I wish it was, I wish it was, I wish it was, Copyright. Das ist nicht Copyright und ich hab aber den. Es ist aber den Deutsch. Ich bin nicht besser in dem. Eigentlich schon. Was geht in YouTube? Oder was geht, Leute? Ich bin's wieder. Hörst du mit, Mann? Lass mich in Ruhe. Ich bin's wieder Lacka. Heute wieder am Start mit deiner... Kannst du mal dein Bein? Kann sie den in Not? Nervig! Heute wieder im Start mit deiner neuen Video! Schön, dass ihr eingeschaltet habt! Wie ihr seht, bin ich hier mit diesen Brillenträgern. Tschöle, gut, Tschöle. Nix gegen Brillenträgern, das ist schwarz. Auf jeden Fall, heute, lässt sich ihr ein paar Witze vor, während sie wachsend muntern. Und wenn sie es ausspuckt, bekomme ich den Punkt. Wenn nicht, dann bin ich einfach schlecht. Wenn ich es ausspucke, muss es putzen. Es ist einfach leise, Mann. Brille Träger. Wisst ihr, wieso seine Brille? Sein, leise. Ich habe eine Brille, weil es zu viele nicht ist. Was? Hier, nimm. Du wirst lachen, die Witze, die ich hab. Was hast du da reingetan? Das ist normal, warte mal, was ist los mit dir? Wer weiß. Trink! Trink, Mann. Pass auf! Bist du bereit zu lachen? Bist du bereit? Okay. Erster Beat. Warte. Vorbereiten. Lachen. Lachen. Okay. Pass. Okay. Nein, ich bin weg. Bin nett mit einem Polizisten, die ihre Tage hat. Red Bull. Pass, pass. Okay. Okay, okay. Treffen sich zwei unsichtbare Menschen, sagt der eine zu den anderen. Lange nicht mehr gesehen. Was? 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 Kind sagt zur Mutter, Mama, ich habe Elterngespräch. Mutter fragt, warum Kind? Sagt der Lehrer, weil unsere Lehrerin, nein, sagt das Kind, weil unsere Lehrerin Frau Baum die Treppe runtergefahren ließ und ich könnte es mir nicht verkneifen, Baum fällt zu sagen. Mann, lach doch einmal. Mann, richtig. Okay, warum spielen Araber kein Schach? Weil die Damen sich frei bewegen dürfen. Wetten, die Checks nicht mal. Die Checks ist noch. Hat mir ein Dach gekauft, ging aufs Haus. Mann, lach doch einmal. Mann. No, 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 no. Okay, Mann. Mann, frag den anderen Mann. Wie drückst du deine Frau? Mann zwei. Ja, wie denn sonst? Du bist so langweilig, weißt du? Geh weg. Geh weg. Nein. Nein, pass auf. Nein. Lach. Ja, ich zwinge dich gerade. Lach. Okay, nächster Witz. Lach doch. Okay, mein Freund sagt, ich bin krank und muss zum Arzt gehen. Sagt der andere Freund, sag doch, du bist krank. Was läuft? Ein Schneeberg hoch und ist weiß. Eine Schneelawine, die Heimweh hat. Okay, für mich war der auch langweilig. Okay, ich sag meinem Freund, ich geh eine Flasche holen. Freund. Brr, den so einfach mal nix. Ups. Brr. Wie nennt man einen Menschen im Weltall? Einmal. Wie nennt man einen fetten Schriftsteller? Kugelschreiber. Oh, no, 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 no. Mann! Ich bin krank. Naaa! Ich geh weg, Mann! Du bist so eklig, Mann! Bläa! Nein, du nimmst mehr. Das hat man nicht bemerkt. Du bist so eklig. Nein, diesmal nimmst du mehr. Du hattest fast geh- Nein! Mehr! 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 Mehr, mehr, mehr. Okay. Okay. Ein paar Witze sind zu wild. Übertreib, Mann. Was ist das? Wie nennt man ein dreiköpfiges Kamin? Schwange. Wie geht's? Treffen sich zwei Piloten. 130 Tote. How dare you? Mann, der war gut, Mann. Der war gut, Mann. Menschen sagt zu den Jungen, Digga, sei nicht so kleinlich. Zoom noch weiter ran, sonst sieht man ihn nicht. Angle? Das mit... Wo steht das? Passiert zu Doktor. Ich werde immer von allen ignoriert. Der Nächste, bitte. Ja, Mann. So macht man was. Ich war... Schüss, das ist ekelig. Ja, Pech, wenn du sagst, du hast so viel Leben. Nein, ich kann nicht mehr. Okay, ich versuch dich noch einmal zu lange zu bringen, dann enden wir, okay? Ich schaff's. Keine Sorge, das dauert nicht zehn Jahre. Easy, easy. Ich will... Okay. Was passiert, wenn eine Frau mit einem Wal im Bett geht? Sie wird flachgelegt. Wieso bewegt der ein Typ so wackelig? Weißt du, wie viel Alkohol geht rum? Boah, da kann ich mal schreiben oder so. Versteh ich. Okay. Weißt du, was ein Code ist? Kacke. Weißt du sie? Okay. Bruh. Warum kackt eine Blondine den PC an? Weil es drauf steht, Code angehen. Bruh. Eingehen. Code eingehen. Nein, nein. Eingehen. Ein Schwein steht vor der Steckdose und sagt Hallo Papa. Okay. Okay. Ja, bruh. Zu wild, zu wild. Ich finde keine mehr. Ich finde keine mehr. Okay. Okay. Was ist die Märzell vom Kaktus? Kaktusse. Oh, no, 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 no. Mann, das war gut. Okay. Okay. Wie nennt man ein Hai mit Steppeschuh? Haiheel? Oh, no, 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 no. Java. Ey. Ey. Oh. Okay. Ich hab sie zweimal zum Lachen gebracht. Die meisten Witze waren. Viel Spaß beim Putzen. Tschüss. Warte, warte, warte. Weißt du, wann du weg gegen Kranz? Wenn ich das mache. Lass, wie? Nix ist passiert. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ey. Chill, chill. Mein Cousin ist geil. Chill. Chill ein bisschen. Gut. Wieso, Glogi? Wieso? Ja, okay. Weil hier ist nass. Gib die Pulser hier weg. Oh, das ist so ecklich. So. Vergierst nicht mich zu abonnieren. Nein. Abonniert sie nie. Nein. Du machst englische Video. Sie werden dich nicht verstehen. Nein. Nein. Okay. Paschen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefahren hat, Lass ein Like da. Like da lassen. Nur meins. Like da lassen. Okay. Ich bette nicht. Nein. Abonnieren. Abonnieren. Nummer 2. Abonnieren. Abonnieren. Nr. 2. Sehr wichtig. Sehr gut. Glocki hat die Wien. 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 Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ciao. Komm. Nichts. Oi. No. No, no. No, no. Noo.